Nicht kommunizieren spielt es nicht. Darauf hat schon Paul Watzlawick vor vielen Jahren hingewiesen. Ob Face-to-Face oder ein Videomeeting, ob deine Botschaft ankommt, hängt von vielen Faktoren ab. Welchen ersten Eindruck hinterlässt du? Wie gut kannst du Kontakt herstellen? Wie setzt du deine Stimme ein? Welche Begriffe und Formulierungen wählst du? Und welche Geschichte, welche Emotionen kommen bei deinem Gegenüber an? Das zu wissen, macht dich zu einem viel besseren Kommunikator. Melde dich jetzt bei unserer Impress-Challenge Nummer 2 an und du bekommst Feedback von uns zu all diesen Bereichen. Lade dein 2 Minuten Pitch-Video hoch und erfahre, wie du auf andere wirkst. Vollkommen kostenlos, unglaublich wertvoll. Du hast dazu Gelegenheit bis zum 12. Mai? Lasse dir nicht entgehen. Wir freuen uns auf dein Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.